Auf Musikantenspiel! Schau nur, kleiner Dirnenspros, der aus einer Hure krach. Schau nur, kleiner Dirnenspros, ich reit dein Muttertier. Ja, wunderschön. Moin, Mett und Madeira, ihr Klingelständer und Kartoffelmuschis. Äh, ihr mögt wieder Eiers und Krollt. Und zu Gast. Wie immer, Lamedl. Hallo, Lamedl. Hallo. Ja, ich muss mich ja wieder entschuldigen, aber Privat- und Arbeitspulli sind gerade echt eng. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns heute an diesem wundervollen Sonntag zusammengefunden, um ein wenig den Talk zu talken. Es ist ja einiges passiert. Also es ist ja wirklich, die Ereignisse haben sich überschlagen sozusagen, in allen Richtungen. Wo wollen wir anfangen? Ach ja, wir fangen erst mal damit an. Ganz liebe Grüße natürlich, gehen raus an den Rocksau, der hat uns da so nett empfohlen. Fand ich total klasse. Vielen Dank dafür. Grüße, Grüße. Und guckt bei Rocksau auch mal rein. Das ist toll. Der macht lustige Streaminges und lustige Reactions. Hm. Ja, ansonsten, ja, schamanische Weihungen im Moment ein bisschen auf Eis gelegt. Aber ich glaube, da fangen wir eigentlich am besten mal an. Also einige haben das ja noch nicht mitgekriegt. Ja, bald geht's weiter mit schamanischem Wein. Also der Schokodo, der hat da wohl irgendwie einen Kontakt, der in, ich sag mal, einer Tagesklinik für so ein bisschen Oberstübchenkorrektur arbeitet. Ich will das jetzt ja nicht hier irgendwie defamiert sagen, aber naja, und da sei wohl jemand gewesen, der jemandem bekannt vorkam. Und der sah aus wie unsere Kristallmumie aus dem Schamanenreich. Mit Kampfkunsterfahrung. Also wir unterstellen nicht, dass das ist, aber er könnte es sein. Also er könnte es sein und eventuell geht er da täglich hin, weil es ist ja eine Tagesklinik. Hm. Die Prüfungen haben dann ergeben, mit Bus und hier Regionalexpress wären es ungefähr eine Stunde An- und Abreise. Und andere haben vermutet, dass da eventuell ein sogenannter BTV, also so ein Auto für besondere Kinder und Menschen vorfährt und die da hinfährt. Das kann auch sein. Das geht auch, ja. Ich werde auch jetzt hier nicht den Träger oder den Ort oder so leaken. Das ist eventuell bekannt. Man kann es ja auch bei Schokodo gucken. Also wenn ihr was wissen wollt, guckt mal beim Schokodo rein. Der ist da irgendwie, keine Ahnung. Also der hat eh viel zu wenig Klicks, finde ich. Der ist ein ziemlich guter Netzwerker, wie mir scheint. Ja, hat zumindest Informationen. Das ist prächtig. Dieter hat allerdings dann auch tatsächlich, nachdem er da wohl gesichtet wurde, gezuckt. Das erste war, dass dieser Padman-Sport-Kanal als Dieter da, Dieter hat ja irgendwann mal so ein Video über diese Wester-Krawalle gemacht, mit furchtbar diffamierenden Aussagen in alle Richtungen, wie wir das halt gewohnt sind. Ja, wir kennen ihn ja. Das fand dieser Padman-Sport, der sich wohl mit bürgerlichem Namen Marek nennt. Ich kann das jetzt hier sagen, weil Dieter das da unter seinem Video, spricht er ihn ja mit Vornamen da an und bedankt sich für da irgendwie den Kommentar. Das war, wann war denn das? Das war letzte Woche. Also ist gar nicht lange her. Ja, und dann hat er sich einen Livestream von irgendeiner Thailänderin angeguckt, die auf ihrer Matratze da rumturnt, warum auch immer er das gemacht hat. Also wir können es uns denken, wahrscheinlich ein bisschen Wutwixende oder so. Kobold bürgen. Kobold bürgen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er da auch kommentiert. Da hat auch noch jemand unter Dieter kommentiert, fand ich auch super toll. Grüße gehen raus an den Kommentator unter Dieters Kommentar. Ja, Kommentare kommentieren. Er fühlt sich jetzt bestimmt auch angesprochen. Ich nenne ihn jetzt nicht den Namen. Ich kenne ihn nämlich mit Vornamen. Aber liebe Grüße gehen natürlich raus. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Also wenn man jetzt, ich sage mal, davon ausgeht, dass es eine Tagesklinik ist, um da irgendwie normale soziale Gefüge wieder irgendwie zu lernen, wird das ja Montag bis Freitag laufen. Das ist ja wahrscheinlich nachts und am Wochenende zu Hause. Ja, kann man von ausgehen. Also nur, nur falls ihr da vielleicht mal auf einen Kaffee vorbeikommen wollt und damit Dieter sich wieder die Haare waschen kann. Ich weiß es ja nicht. Oh Gott, oh Gott. Wieso? Was denn? Nix. Ja, Lamedel, wo machen wir weiter? Oh, wo machen wir weiter? Nehmen wir den ganz Dicken. Ah ja, der ganz Dicke. Ja, der hat es irgendwie gerade mit der Krankenkasse und dem Finanzamt. Das ist ja auch, das ist ja auch wieder eine ganz wilde Kiste. Ich meine, das wird jetzt schon umfangreich von unter anderem dem lieben Ofenkäse, also dem heiligen lieben Ofenkäse, dem lieben heiligen Ofenkäse, mein Gott. Grüße geht raus an Ofi. Natürlich schon besprochen. Trotz alledem, es ist wieder an Absurdität, das ist nicht zu übertreffen, oder? Nein. Da ist dann wirklich der Kuckuckskleber hin und hat da geklingelt und wurde dann von seinem braunen Vermieter nicht reingelassen. Ja. Und dann wurde das Konto einfach mal gefändet. Anscheinend, also das Konto ist wohl dicht. Und weil es kontodicht ist, lohnt sich das Streamen ja nicht, also es ist Streamen eine Pause. Hat er denn gestern gestreamtet? Gestern hat er doch gestreamtet, oder nicht? Oder habe ich mich jetzt getäuscht? Oh, wann hat er das letzte Mal gestreamtet? Ich verfolge das gerade nicht so. Da war irgendwas im Schanzenwatch-Broadcast, aber es kann auch sein, dass das irgendein Zusammenschnitt war von, keine Ahnung. Also ich glaube, Inge hat gestreamtet. Ah, okay. Aber nicht den Dicken, sondern selbst, also von sich. Ach so, ja, gut. Dann war das wahrscheinlich auch ein netter Stream in der Mittag. Egal. Ja, also er sitzt da wohl noch. Witzig finde ich ja auch, dass da dann geleakt wurde, dass er in alter Schanzenmanie immer rausguckt und Straße filmt. Ja, aber er schreit nicht mehr, weil er hat nicht mehr das Recht dazu. Ja, schade, ne? Dafür hat er jetzt seinen Sensen schwingenden Uwe. Hihihihi. Hihihihi. Das war ein Bild, ey. Das, äh, uff. Ich fand das, äh, eigentlich hatte das Charme. Das hat das Ganze so ein bisschen, ich weiß nicht, pointiert ist auch falsch gesagt, aber es hatte auf jeden Fall irgendwie Charme, das Bild. Grüße an die Leute, die daraus Black-Metal-Cover gemacht haben. Ja, das ist so ein Erfolg gewesen. Auch hier an der Stelle sieht man, eigentlich ist im Game, jedes Bild ist ein Meme in irgendeiner Form. Ja, also das war aber großartig. Ja, und dann, äh, dann ging es ganz wild weiter, ne? Oh, dann ging es ganz wild weiter, weil wir, wenn wir eh schon von Ufi reden, dann kommen wir jetzt zu, ähm, zu der Ofenkäseschmelzung von einem gewissen, äh, Leon. Ja, was war denn da los? Also ich hatte ja nicht die Zeit letzte Woche, das hast du ja mitgekriegt, das alles, äh, in, in völliger Breite mir reinzumädeln, aber ich, du wärst ja nicht lamedel, wenn du da nicht voll im Bilde wärst, oder? Ja, du bist, du bist lustig. Ähm, also was war da? Leon hat wohl einen Brief gekriegt von einem Privatermittler. Und da waren... Ja, nee, ist klar, Privatermittler. Und da waren Namen, ja, und Ermittlungsergebnisse, dass, äh, Ofi, Klonter und natürlich sein, sein, ähm, Fronttreiber... Ach, der, der Fronttreiber? Ja, ja, der auch. Ähm, dass die, äh, jetzt hat er wohl angeblich die Namen von denen, ne? Ich geh mal davon aus, keiner von denen stimmt. Ähm, aber er hat halt diese Infos gekriegt und er hat die Infos alle gedroppt. Er hat alle gedoxt. Hui. Ja, was halt, ne, Dirnspross-Move und so. Hui. Ja, 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 ja. Ich empfehle dir das nachzuholen, das ist großes Kino. Ei, 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 ei. Ja, äh, das muss ich auf jeden Fall tun. Ich seh grad, mein Spektralizer ist irgendwie verrutscht. Siehste das? Ja, so ein bisschen. So. Guck mal, besser, ne? So. So. Ja, ich hatte mir irgendwie, äh, beim Upgrade auf Windows 11, äh, das OBS komplett, äh, zerschossen. Ja, Ungol ist ein Technik-Dulli, wir wissen's. Brauchen wir nicht weiter kommentieren. So. Äh, ja. Genau, Leon, äh, Leon pöbelte dann irgendwie da gegen die Leute, aber da, da kam doch dann noch viel mehr. Da waren, da waren noch irgendwie, der hat doch gefühlt jeden Tag zwei Videos dann gemacht, oder? Ja, und keins davon ist mehr online. Ihr habt alle hoffentlich gesichert. Ja, ich hoffe auch. Also, liebe, äh, Spannerraupen und wie ihr alle da draußen heißt, äh, ich hoffe, ihr habt das gesichert. Oder Cutters, oder? Also, es war auf jeden Fall großes Kino. Ach, Mann, ey. Es war, ja, da hast du, hast du im falschen Moment Arbeitspulli gehabt, mein Bestes da. Ja, äh, nützt nix, ne? Irgendwo muss die Kohlen, äh, irgendwo müssen die Kohlen ja herkommen. YouTube will mir ja kein Geld mehr geben, weil es ist ja nichts monetarisierbar, was wir hier machen. Ah ja, mein Gott. Liegt vielleicht am, äh, Titelsong, oder? Wir machen's ja für einen Spaß. An unserem losen Mundwerk. Nee, natürlich, natürlich bestreite ich meinen Lebensunterhalt auch mit anderen Dingen, ähm, außer YouTube. Nee, äh, ja, dann hatten wir, also, ich, ich, da bin ich jetzt komplett raus, ne? Ähm, dann hat Filmfreak Marcel da einen Ausraster gekriegt? Das, das musst du mir echt mal erklären. Das, 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 ja, das ist ja so wild. Ich hoffe, ich kriege das alles zusammen. Ja, ja, der gute Marcel hat, ähm, einen Livestream-Menü gemacht und hat alle Reaktor und so erst mal als, als räudige Dirnenspröße verzeichnet, so mehr oder weniger, die alle Verbrecher sind und so. Aber der, also, ich, ich bin, ich bin immer noch, ich hab da ja, äh, mit Ganni ganz kurz, äh, getalkt, aber nur ganz kurz, beziehungsweise ich hab, äh, in die Gruppe reingeschrieben, ähm, da ging's halt darum, dass ich der Meinung bin, dass das ihm doch jemand irgendwie, äh, äh, ja, das hat ihm doch jemand eingetrichtert. Ja, das, das, das ist doch nicht auf seinem eigenen Mist. Du musst Dir ganz dringend diesen Stream angucken, weil ich weiß, wir zwei sind da nicht so up-to-date bei dem, aber seine Schwester, ähm, gibt ihm da anscheinend tatsächlich alles vor, was er zu sagen und zu lassen hat. Guck mal, das war meine Vermutung und, und dann wurde mir gesagt, nee, nee, da ist der allein drauf gekommen. Siehste, der, der ist doch, also jetzt, ohne, dass ich den jetzt bashen will, ne? Doch, mach nur. Aber der ist doch, ja, sagen wir mal so, äh, der schwimmt auch in Milch. Ja, richtig. Und was, was ist mit seiner Schwester? Die, die ist da jetzt irgendwie, äh, die Autorin für ihn? Oder wie läuft der Spaß? Ja, also das ist unterschiedlich. Manchmal ist sie doof und dann, äh, lästert er ganz hart über sie und manchmal hat sie wohl die Kontrolle über das, was er da so tut. Äh, okay. Ich glaub gar nicht, nennt sie liebevoll Feldwebel. Das ist ja ganz, ganz wild. Ja, es ist sehr wild, also, normalerweise macht man sowas für, für, für Mullen, an die man ran darf und nicht für seine Schwester. Aber hey. Hm. War da etwas Rudi im Wasser? Kann das sein? Du weißt doch. Ja. Ich, ich, ich bleib dabei, da ist was ins Wasser gesickert. Ja. Wir müssen die Männer kranken, hey, da alle evakuieren. Das ist, irgendwas ist da nicht cool. Ja, und dann, äh, haben wir da ja noch den komischen, äh, wie heißt er? Äh, äh, Dachschaden, äh, wie, wie hieß er noch? Dachschaden? Oh, Dachschaden-Johnny. Ja, also unser Dachschaden-Johnny. Genau, Dachschaden-Johnny. Ja, ach, genau, Timo, äh, Lü-Funk, Dachschaden-Johnny, oder auch genannt, äh, wie heißt der noch? Der hat doch, der hat doch so viele tolle Namen. Kung-Fu-Commander, genau. Oh, der ist der Kung-Fu-Commander, genau. Der Dachschaden-Johnny. Der, ähm, hat sich erst mal tierisch gefühlt, dass Marcel jetzt gerade auch Prügel kriegt. Ja, was wieder, äh, ganz klarer Indiz für seinen unglaublich tollen Charakter ist. Ja, ja, und, äh, hat jetzt tatsächlich heute, wo er ein paar Stunden ist, beziehungsweise gestern war es, äh, ein Video gemacht, wo, äh, er meint, Marcel hätte ihn angeschrieben, also, jemand hat, ähm, ähm, jemanden aus der Filmszene angeschrieben, weil er hat ja Marcel blockiert auf WhatsApp, ne, und jetzt hat er aber eine WhatsApp gekriegt von jemandem anderen, der in der Filmszene ist, und der meinte, ähm, dass Marcel ihn gefragt hat, ob er ihn trotzdem bitte weiter beschützen kann. Ja, nee. Ja, richtig, ja, nee. Ist klar. Auf jeden Fall ist er da meiner Meinung nach zu Recht ein bisschen laut geworden in dem Video. Er hat gesagt, dass Marcel ein verdammter, erwachsener Mann ist und sich irgendwann mal selbst beschützen sollte. Also, ja, Marcel, äh, falls du das hier hörst, ich glaub, der Drops ist gelutscht. Ja, aber jetzt mal... Die Reaktor wollen nicht mehr, nicht mal... Jetzt mal ganz ehrlich, äh, aber... Ich, äh, da waren ja so Dinge rausgekommen über den, äh, Lü-Funk. Also, so Dinge... Ja, die rausgekommenen Dinge laufen, soweit ich weiß, alle noch, und deswegen... Ja, da halten wir uns natürlich ein bisschen bedeckt, aber es sind halt so ähnliche Dinge wie beim, äh, beim, beim Reinhold, ne? Also, es geht halt in eine ähnliche Richtung, sagen wir so. Ich glaub, ich glaub, die, ich glaub, die Protagonisten hatten allerdings schon irgendwie, äh, eine Volljährigkeit erreicht. Oh, ich hoffe. Also, zumindest hofft man das, genau. Ähm, ja. Ich versteh das nicht. Ja, und jetzt, äh, geht das doch noch weiter. Da ist doch jetzt irgendwie, äh, Leon hat doch da, äh, seine, seine Fangemeinschaft in Form dieses, wie nennen die sich noch? Dresdner... Ne, Leipziger Fanklub, glaub ich, ne? Naja, Fangemeinschaft, ähm... Ja, du weißt, was ich damit meine. Ja, ja. Und, äh, dann hat er ja den, äh, seinen, äh, Hauptreaktor, der Klontor verbieten wollte, auf Leon zu recken, weil, keine Ahnung, das ist dieser Front, äh, Treiber da. Ja, der ist gerade wegen irgendwas ganz furchtbar angefressen, weil alle mit seiner Maske spielen wollen. Und ich mein, hey, soll er. Soll er angefressen sein. Also, er wird jetzt selber, er kriegt jetzt sein eigenes Game. Oder wie? Oder was? Ach, glaub ich nicht. Glaub ich nicht. Krüppelkeile! Wie wundervoll! Ja, was anderes kann ich da doch wieder nicht so sagen, oder? Oder vielleicht auch, äh... Warum liegt da eine Wurst? Das kann man auch dazu sagen, ne? Ja. Also, bei Lüfung und Marcel ist es schon eben dieses. Ja, ja. Ja, ja, ja. Und jetzt kommt auch noch das und, äh... Ach, äh... Um Gottes Willen, weißt du, dann hat der Ehreninspektor, ist in seinen Kommentaren und basht ihn und andersrum und, ach du großer Gott. Ach, der Ehreninspektor? Ja, richtig. Der Ehreninspektor. Ach, ist das nicht der mit dieser unglaublich tollen politischen Einstellung? Mhm. Wo immer der eine Arm in den Himmel gehoben werden möchte und dann irgendwelche Sachen gesagt werden, die, äh... Ich glaub, der Verfassungsschutz nicht ganz so toll findet. Ja, richtig. Irgendwie sowas war das, ne? Oh, Verfassungsschutz, weil wenn wir jetzt gerade von Timo reden und dem Verfassungsschutz, ja, da läuft wohl auch einiges. Ja, gegen, gegen ihn oder gegen, äh, gegen seine Parenten, weil, ähm, ich hab gehört, ähm, der, äh, Herr RF sei ein sehr brauner Geselle und auch in irgendwelchen Fördervereinen, die, äh, solche braunen Gesellen Piconier auch unterstützen. Also, das... Ah, so völkische Siedler, ach, was? Nein, wo kämen wir denn auf sowas? Äh, ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, richtig. Alles Wahnsinn, gerade, also von allen Seiten. Ich, äh, muss sagen, ja, ich bin, ich bin entzückt, also nur, weißt du, dann, warum spielen alle gleichzeitig, wenn ich nicht mitspielen darf? Weil ich arbeiten musste, Mano. Ja, siehste mal. Ja, ach, genau, dann noch was anderes, äh, hier der, der unechte Marvin, ne? Also dieser, dieser, äh, Schmeißfliege, äh, gute Fliege. Der hat da ja ja auch wieder, äh, ne, so ein Video gemacht, ne? Ja. Ja. Hast du das geguckt, zufällig? Nur den Anfang, ja, aber ich hab's gesichert, falls er es mal wieder löscht. Äh, ja, also das Intro war auch wieder ganz wild, also, äh... Ja, oh, das Intro ist wild. Da ist, äh, da behauptet er ja wieder, äh, also er schmückt sich da wieder mit einer Berufsbezeichnung, die er nicht hat. Auch. Benutzt auch wieder ein, äh, Label von einer, also, also das, äh, Label von einem, äh, englischen Brand, äh, als sein eigenes. Ja, äh, auch. Äh, und, äh, ja, es ist, äh, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, also ich hab selten so einen Schrott gesehen, aber gut, ich, äh... Was, das Intro? Nein, das ist hochprofessionell. Ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst, dass das anders wäre. Ach so, Entschuldigung, ja, das, äh, war vielleicht, weil ich so ein böser Hatern bin. Ja, ja. Also, momentan kann man sich aussuchen, womit man, äh, in welche Richtung spielen möchte. Es ist viel zu, äh, viel zu tun. Ja, ja, ja. Ich bin jetzt auch, äh, schwer am überlegen und, äh, da geht jetzt auch mal die Frage in, äh, in, äh, unsere Zuschauerrunde. Ähm, wo wollen wir denn mal hin? Also, was hättet ihr gern mal, weil, äh... Ja, welches Schwein denn möchtet's denn gern? Genau, äh, möchten Sie diesen oder diesen Schwein? Diesen Schwein hat Ihnen den bösen Blick zugeworfen. Nein, ähm, natürlich, Dieter geht grad nicht, der macht ja nix, außer, dass er irgendwie jeden Tag anscheinend... Er kommentiert ein bisschen irgendwo... Irgendwo hin muss, äh, wo er wahrscheinlich nicht hin möchte, weil da sind ganz viele luziferisch-santanische Pfleger und Ärzte. Oder Therapeuten oder was weiß ich denn. Ähm. Ja, Marvinius, äh, der ist ja gerade auf dem, äh, Trip, der macht jetzt, äh, Online-Anzeigen-Marathon. So wie ich das, äh, gehört hab. Ich kenn aber keinen, der da jemals eine gekriegt hat. Das, äh, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da mal irgendwas bei rauskommt. Ähm. Auf jeden Fall ist er da irgendwie auf dem Trip. Äh, ich werd auf jeden Fall, sobald, äh, mein, äh, Copyright-Strike in, äh, etwas über 30 Tagen weg ist, werd ich wieder ganz viel über ihn machen, natürlich. Ähm. Ähm, natürlich auch mit ausgekieten Bild, ne, weil er möchte ja nicht, dass man seine Bilder benutzt, da, äh, beruft er sich irgendwie auf einen Paragrafen, äh, der europäischen Gesetzesprechung, äh, der nur nicht anwendbar ist. Nur das Problem ist, ich weiß ja, dass unsere Behörden, äh, sich da halt überhaupt nicht mit auskennen, deshalb kann es gut sein, dass die dann so eine Anzeige erstmal zur Staatsanwaltschaft durchwinken. Gut, bis das dann geprüft ist, ist, äh, wahrscheinlich, äh, bin, äh, ja, bin ich wahrscheinlich in Rente, aber, äh, ja, gar keine Lust. Ja, aber so lange steht's halt, weil. Gar keine Lust, dass da irgendwas Schwebendes irgendwie ist und so, deshalb geben wir ihm da auch nicht irgendwie, äh, den, den Nährboden für sowas, ne? Ne, deshalb, er wird ja dann ausgekiet und, äh, wir können ja die Stimme ein bisschen verzerren, wir können ihn ja irgendwie in eine lustige Stimme verpassen. Oh, lustige Stimme, Grüße an, äh, Mustang. Ja, äh, das war ja auch wieder hervorragend. Das war ein älteres Video, was er da gemacht hat. Aber es ist so wild. Das war so großartig, ich hab mich wieder sehr gefreut. Ja. Der Mustang ist halt jemand, der hat so einen wundervollen Dachschaden. Ja, ich bin auch immer noch traurig, dass, äh, lieber Mustang, auch wenn du, äh, natürlich, der echte Marvin bist und aufgrund dessen eventuell, äh, leichte kognitive Einschränkungen hast, wie wir alle, ähm, tu mir doch mal den Gefallen und, äh, guck, dass wir beide uns mal im Discord mal irgendwie austauschen können. Das fände ich wundervoll. Ich glaube, auch Lamedl, auch Lamedl wäre da sehr glücklich drüber, wenn wir mal einen Crossover starten könnten. Das wäre so großes Kino. Also, du bist natürlich dann auch herzlich hier in meinem wunderschönen, äh, Sky-Büro eingeladen. Äh, andersrum, äh, wie gesagt, würde ich auch gerne... Danke nochmal für das wunderschöne Sky-Büro. Danke, danke. Ja, und nochmal danke für dieses wunderschöne Sky-Büro an den Creator. Und, äh, ja, ihr seht ja auch, äh, oder ihr seht ja auch, ne, ähm, ich hab das Autogramm vom Mustang, äh, hier, äh, schön rechts im Regal stehen, äh, also von euch aus rechts, ähm, weil das wird in Ehren gehalten, ne? Nur, nur der echte Marvin, äh, ist der echte Marvin. Genau. Wahnsinn. Der Allerechteste. Ach ja, ja, äh, Lamedl. Ich bin mal gespannt, äh, wo die Reise jetzt hinführt, ähm, ich finde, wir können einfach mal nächste Woche mal, äh, so im Mittenbereich der Woche mal in Angriff nehmen, dass wir mal wieder eine Reaction machen und dann schauen wir mal, was wir uns da, äh, unter den Nagel reißen, ne? Hier schauen wir mal, was bis dahin noch passiert. Ist ja, es ist ja noch ein bisschen Zeit, ne? Sonntag ist ja auch noch jung und, äh, dann haben wir noch Montag, Dienstag. Ja, da kriege ich nix geschissen, weil die sind komplett voll, die Tage. Da ist nur Essen und Schlafen dann noch irgendwie die Option nach dem Arbeiten, nö. Aber, äh, man hat dann ja auch mal ein bisschen Freizeit und gucken wir mal, ne? Ja, und Frau Ungol, Grüße. Ach so, ja, ich werde Frau Ungol grüßen, ja, Frau Ungol. Ja, und kümmere dich um die. Das ist eins Gutes, so Weibchen. Ja, ich weiß das, ich weiß das. Deshalb, deshalb ist es ja auch bei mich. Hm, siehste mal. Ach, das wird heute wieder so fein gefüttert, das Weibchen. Ja, hervorragend. Aber diesmal macht es mit, äh, das Weibchen macht, äh, Blätterteig-Knoblauchbrot. Ooh, nice. Also so eine Knoblauch-Blätterteig-Rolle. Hm, ganz fein. Äh, mit Kräuters und Knoblauch und Bedöns, ja. Und dazu gibt's, äh, totes Tier und, äh, Hecke. Okay. Also Fleisch und Salat. Na, hervorragend. Ja, ist schön, ja. Aber, äh, schmeckt doch, schmeckt. Ja, wir gucken einfach wegen dem Termin, weil ich weiß noch nicht genau, wann ich, ähm, frei hab, weil ansonsten muss ich, äh, für, für die ganzen Reactor ja den Keks machen. Ähm. Du bist aber der, der tollste Keks überhaupt. Das ist sehr lieb von dir. Egal, wie oft wir jissen, alles wird, äh, perlt ab. Ja, 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 imprägniert. Ne, komplett. Mit, mit, Spongeboblauch. Ich hab das sehr gefeiert, ich kann's dir gar nicht sagen. Danke an den Kommentator. Ich bin also die neue Game-Matratze. Okay. Ach, ja, 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 ja. Ja, äh, es ist, es ist schön, wenn, wenn Leute, äh, Von, von, von Nierhaus, äh, also von, von, von Nuns aus ist das völlig in Ordnung so. Ja, das ist okay. Ja, äh, Leute, Freunden und so weiter. Ja. Ich glaub, äh, mehr zu talken gibt's grad auch gar nicht, ne? Ne, ich glaub, wir sind durch. Also, wir sind eh durch, aber. Jetzt sind wir auch mit dem Talk durch. Ja, wir schauen mal, äh, wir können, also ihr könnt euch mal in den Kommentaren was wünschen, ne? Ich kann auch eine Abstimmung mal irgendwie noch, äh, irgendwie starten, wenn, wenn das mit den Kommentaren nicht so gut klappt. Aber ich melde das Video gleich eh, äh, in ETA. Da werdet ihr dann wahrscheinlich wieder fleißig ausrasten, wie ich hoffe. Äh, 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 Dingens, wir möchten bitte nicht den Wolkental. Ne, 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 ne. Wer Wolkental schreibt, hey, da stimmen wir an, abgezogen. Also, das, äh, geht wirklich gar nicht. Also, das ist wirklich, das ist, ich glaub, aber mittlerweile, der ist richtig klatschen geblieben. Und ich glaube, dass er auch tatsächlich, äh, genauso wie, äh, ach Mensch, wie heißt denn der, Lukas? Ähm. Und der auch, oh Gott. Ich glaub, ich glaub, die haben beide irgendwie gemerkt, dass die Klicks kriegen, äh, mit Hate. Also, das sind, das sind so diese Wannabe-Hate-Influencer. Die sind aber, die sind aber einfach doof. Viel besser sind so Leute mit Danny Krüger wie Dieter oder Marvin, die meinen, sie sind die Allergeilsten. Das ist doch viel schöner. Oh, ich glaub, das, das meint aber zumindest der Wolkental auch. Ne, ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Oh doch. Oh Gott, oh Gott. Der ist so richtig anders. Ach Gott. Ja, ansonsten, ja, wie gesagt, also momentan ist viel zu tun. Ja, wie gesagt, lasst mal einen Kommentar da, was ihr gerne sehen wollt. Wir machen dann auch gerne einen Classic. Ähm, wenn ihr irgendwie einen bestimmten, äh, unsere Freunde haben wollt, machen wir auch gerne mal einen Classic. Ähm. Ja, aber bitte nicht den, den, äh, dicken, dicken, weil der geht mir momentan einfach so hart um. Das ist, das... Ihr wisst ja, ihr wisst ja, hier ist, hier ist nur Talk over Reinhold, aber nicht, äh, äh, Reaction over Reinholds, äh, Sachen. Ne? Ja, wir wollen das eigentlich sehr Reinhold, äh, frei halten. Because Reinhold ist, äh, ne, also auch in Angedenk der Tatsache, was da gerade abläuft, also das ist ein Thema da, äh, ja. Richtig. Sagen wir so, da kann man sich auch ganz, ganz doll die Finger dran verbrennen und, äh, ja. Den überlassen wir einfach anderen, ja. Genau, genau, da haben wir ja, da haben wir Ofis und, und Mattis und, und Anis und, äh, wie sie alle heißen. Hm. Ne? Und halbe Gannis, weil der ist ja nur halb im Leben. Ja, an die ganzen anderen Kaspar gehen natürlich ganz liebe Grüße raus, äh, und ja. Meine Lieben, das saß nuns aus. Wir machen uns noch den Rest Sonntag schön, ihr hoffentlich auch. Oh, bitte, genießt den Sonntag. Und, äh, denkt dran, äh, Hände auf der Decke, ne? Ja, wenn ihr selber drauflegt. So, ja. Wenn ihr unter der Decke seid, Hände unter die Decke. Ja, ne, Hände müssen über der Decke bleiben, sonst ist das, äh, ne, und Ding. Ja, volle Gönnung. So. Ach, ich weiß nicht, eigentlich macht das wieder Spaß, ich würde keinen weitermachen, aber, äh, der Content ist jetzt vorbei. Ich kann das, wir können das aber auch wie Marvin machen. Wir können einfach, äh, uns verabschieden und, äh, weitere 10 Minuten Video dranhängen und, äh, irgendwas immer wiederholen. Aber ich find das doof. Mhm. So. Hilft ja nix, ihr Lieben. Medal of, ihr Lieben. Medal of.